Die Kölner sollen zuhause bleiben. Alles klar. Ich bin ganz ehrlich, ich wusste das schon bevor die das da oben einmal mit dem Zeppel in den Himmel geschrieben haben. Aber dankeschön. Auf der anderen Seite steht übrigens drauf, bleibt gesund her und damit guten Morgen zu einem weiteren Lockdown. Lockdown-Tag hier in Köln. Die Polizei ist auch da unten am Start, fährt ein bisschen rum. Ey du, du sollst nach Hause, steht am Himmel. Aber vielleicht ist es auch auf dem Weg nach Hause, wer weiß. Man darf ja einen Spaziergang machen und so. Ich weiß nicht, warum ich gerade barfuß bei minus 6 Grad wieder draußen bin, ey rein. Musik läuft aber, wir nehmen uns jetzt mal ein bisschen Sport machen. Musik Boah Leute, ich weiß jetzt, warum der Zeppelin unterwegs wäre. Ist ja ein komplett besonderer Tag hier in Köln. Logisch. Aber erst mal Frühstücken. Ein Apfelnuck dazu. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der den Apfel so schneidet. Ich mache erst mal zwei Hälften so ab an der Seite und schneide praktisch um diesen Kern einmal rum, damit ich ab jetzt hier nur noch Stücke ohne Kern habe. Ist ein bisschen Verschwendung, aber ich habe irgendwann als Kind aus Faulheit das gemacht und diese Stücke hier, Leute, die sind so nice, wo nichts mehr dran ist. Ich habe auch richtig Hunger, aber die kommen bei mir in den Joghurt rein. Das ist so ein typisches Frühstück für mich, Leute. Skier mit Äpfeln und so Cornflakes drin. Mega nice. Falls ihr Skier nicht kennt, das ist so praktisch eine Mischung aus Joghurt und Quark und es kommt aus Island. Da sind wir wieder beim Stichwort der letzten Vlogs, Leute. Island. Gestern Abend halt wieder länger mit Jonah Plenke facetimed und haben uns weitere Sachen überlegt, wie wir was irgendwie machen könnten. Wir haben beide nochmal Leute aus unserem Umfeld gefragt, was die davon halten und es deutet schon irgendwie darauf hin, dass wir was machen, aber es hängt auch von vielen Faktoren ab. Mal schauen, aber darum geht es nicht, aber von dort kommt eben Skier. Es gibt von vielen verschiedenen Marken. Ich habe jetzt die hier gerade. Sieht von außen einfach aus wie ein Joghurt, aber ist halt so ein bisschen mehr in die Quarkrichtung oder Frischkäse, sagt man auch. Aber schmeckt es nicht wie ein Aufstrichfrischkäse oder so, sondern einfach wie eine geile Joghurt-Quarkmischung mit immerhin 9,1 Gramm Eiweiß auf 100%. Für die Leute, die sowas interessiert, aber für mich ist einfach, das schmeckt einfach geil. Aber ja, das ist halt so ein typisches Frühstück für mich. Nur, was für Köln typisch ist, tolle Übergang, da zeige ich euch nach dem Essen. Alles gut bei dir? Nuh, nuh. Oh, was los? Kotzschmerzen. Und gleich matte Köln. Das stimmt. Das ist doch Karneval. Sagst du gar nichts zu meinem Kostüm? Letztes Jahr hatten wir das noch zusammen an. Aber jetzt wurde scheinbar abgeschrieben. Ja, das ist Karneval. Heute ist eigentlich, ja, welcher Tag ist heute eigentlich? Oh mein Gott, oh mein Gott, Felix. Ja, Donnerstag, aber was? Es ist Weiberfastnacht. Es ist Weiberfastnacht. Wir nehmen einmal hier die Erinnerung ans letzte Jahr hier gerade mal wenigstens dazu. So sah es ja wirklich letztes Jahr aus. Felix, erstes Karneval. Stimmt, das war tatsächlich mein erstes Mal Karneval. Ja, aber Fastnacht ist tatsächlich eigentlich, kommt es wohl daher, dass man ja, vor Ostern hat man gefastet, ne? Stimmt, man fängt jetzt an zu fasten. Also Karneval mit Weiberfastnacht und so, dass sozusagen direkt bevor man eigentlich fastet und wenn man früher gefastet hat. Aber wieso Weiber? Das kam noch später dazu mit den Weibern so. Früher war auch Karneval, gab es nur mit Männern. Dann haben sich die Männer auch als Frauen verkleidet. Aber die Frauen durften nicht mitmachen. Ist kein Witz. Oh, das ist aber gemein. Ja, ist es auch. Aber es war so. Aber angeblich gab es Karneval schon in der Antike. Hieß vielleicht nicht Karneval, aber mit so Maskenbellen und so weiter. Und es ist einfach so, die Fassade fallen lassen mal für ein paar Tage. Gerade so in Köln und im Rheinland und so, im ganzen katholischen Gebiet. So ist es halt auch so streng religiös eigentlich, früher zumindest gewesen. Und dann war Karneval so ein paar Tage im Jahr, wo du so rausbrechen konntest davon, weißt du? Und mal irgendeinen Mist machen konntest. Dann konntest du dich sogar mal als Mönch und als Priester dann irgendwie verkleiden. Und dich über die Kirche lustig machen, ohne dass du direkt irgendwie ins Gefängnis geschmissen wirst. Karneval muss ja nicht so ernst sein. Das kann ja auch einfach ein bisschen nette Kostüme, schöne Erinnerungen sein. Schöner Tag, den wir da zusammen hatten. Unvorstellbar dieses Jahr, dass man irgendwie jetzt hier Karneval macht. Es ist komplett verboten, deswegen eben auch der Zeppelin, der da war. Ich müsste gleich mal in meine Instagram-Erinnerungen gucken vor einem Jahr. Ja, zeigt mal. So. Die Studenten hätten ja auch letztes Jahr komplett gestreikt, wenn ihr Mats an Karneval hättet schreiben müssen, oder? Ich hatte mal eine Präsentation an Weiberfastnacht. Und dann bin ich schon so halb verkleidet bin ich da schon hin, damit ich danach direkt weiterfahren konnte. Also ich habe die Präsentation quasi verkleidet geschrieben und schon so ein bisschen geschminkt. Das ist so in manchen anderen Teilen von Deutschland, das ist so unvorstellbar. Aber wenn du Köln oder Mainz oder Düsseldorf, das ist hier normal. Wenn du an Karneval normalerweise rausgehst, dann bist du komisch, wenn du nicht verkleidet bist. Du fühlst dich richtig komisch, wenn du Straßenmann fährst, weil die ganze Straßenmann verkleidet ist da. Ich habe gar nicht viel gepostet. Ich glaube, das meiste ist... Du warst so betrunken wahrscheinlich an der Seine. Das trinkt doch gar kein Alkohol. Ich habe aber ein Foto von Alfie gefunden. Alfie, die Pfote. Ich bin noch nicht ganz da, aber ich bin gerade bei Autoobholung. Da habe ich mein Auto nämlich gekauft, Leute, vor über einem Jahr mittlerweile. Oh, da waren wir zusammen in London. Das habe ich, glaube ich, damals gar nicht euch irgendwie gesagt. Nee, das war noch geheim. Das war noch geheim, stimmt. Da waren wir geheim in London nämlich letztes Jahr. Da musste ich immer so richtig... Da waren wir Minigolf spielen und ich wollte irgendwie meine Story packen. Und dann bist du da manchmal so durchgelaufen. Ich so, nee, das geht nicht. Ich muss das jetzt doch mal aufnehmen. Ah, hier geht's los. Da haben wir mein Kostüm. Das, was ich gerade anhabe, da haben wir das vorbereitet. Also du in erster Linie. Da habe ich dich geschminken. Da wurde ich geschminkt. Das war gar nicht so wenig aufwendig. Aber zum ersten Mal seit Schulzeiten hat mich irgendwie so verkleidet und geschminkt. Hast du jetzt was? Ja. Zeig. Oh mein Gott, da waren wir. Oh, wir haben irgendwas gesucht, wo wir feiern können, ne? Weil alles war so überfüllt. Das kann man sich aber auch gar nicht mehr vorstellen. Ey, wir waren im Speise... Speise... Speisekammer hieß das. Ja, da waren wir. Speisekammer waren wir. Das ist hier in der Nähe. Da haben wir nur so eine kleine Bar. Aber es war cool. Ja, aber Karneval ist alles dann komplett überfüllt. Überall ist gute Stimme. Egal, ob du dich kennst oder nicht, so alle feiern zusammen, alle singen die Kölner Lieder. Das ist schon richtig cool gewesen. Das ist so geil, dass man einfach Handys hat und so die ganzen Erinnerungen einfach hat, ne? Ja, das ist einfach... Was dachtest du dir eigentlich, als ich dich so gefreut hab und du mitkommen willst Karneval feiern? Weil du hast es ja noch nie gemacht. Ja, aber ich wollte auch ein Jahr schon vorher und dann hatte ich aber immer irgendwelche Drehs und so. Ich war immer so, ja, ich find's nicht mehr geil, aber ich will's irgendwann mal ausprobieren. Und wenn man auf was nicht richtig Bock hat, so, dann wird man mal gerne den Ausfick. Und ich hatte immer irgendwelche Dreheranfragen und immer, aha, gut, dann dreh ich halt woanders. Und dann kam ich. Und dann kam ich zu und dachte, ach komm, jetzt mach ich mal. Und dann war ich nice. Also muss man sagen. Und so sieht es dann eben hier auch in der Straßenbahn in Köln aus. Das ist ganz normal, dass alle verkleidet sind. Ich weiß auch noch, an Weiber Fastnacht war der Tag, an dem du das erste Mal ein Bild mit mir in deine Story hochgeladen hast. Das gab Stress. Da hast du nämlich, das hast du hochgeladen. Und das war noch richtig gut, weil ich lag schon im Bett. Ich war natürlich fertig mit meiner Welt, ne. Hab natürlich ein, zwei Säckchen getrunken. Und auf einmal geh ich so auf Instagram und sehe nur so tausend neue Benachrichtigungen. Ich so, hä, was geht ab? Und Felix war halt irgendwie auf dem Klo und ich weiß nicht, ob er auf einmal auf dem Klo irgendwie so diesen Geistesblitz bekommen hat. Und so dachte so, wow, heute ist der Tag. Ich dachte, das ist mein schönes Foto. Ja, stimmt. Und dann hat die Bravo direkt darüber geschrieben. Dann kam die Bravo, der mich hat hier gesagt, hier, wer ist das denn da? Wer ist das? Oh, guck mal, da gab es doch noch das hier. Ja, genau. Ja, da ging es los. Aber dann war es ja noch gar nichts mit Karneval für mich. Du hast in Köln auch weitergefeiert, aber ich hatte dann wieder einen Dreh. Und ich bin während Karneval auf die Kanaren geflogen, wo tatsächlich nach Rio de Janeiro der zweitgrößte Straßenkarneval der Welt ist. Einfach wusste ich ihn vorher auch nicht. Auf Teneriffa. Und da habe ich auch noch ein Bild. Das hat doch der Taxifahrer erzählt. Ja, genau. Hier, schau einmal. Das ist nämlich dieses wunderschöne Bild hier mit meinen beiden Kameramännern. Tim und damals auch noch Niklas. Haben wir da für Audi nämlich gedreht. Ein paar Mädchen kennengelernt. Ja, das vielleicht auch, aber ich schwöre euch, auf diesem Bild, ich habe das schon mal erzählt. Wir wollten nur zu dritt ein Foto machen, haben jemanden fremd in die Kamera gegeben, der hat das Foto gemacht. Und in dem Moment kommen diese paar Mädels, ich glaube auch ein Junge ist dabei. Nee, nur Mädels, okay, nur Mädels. Kamen dazu, haben sich da hingestellt und haben mit uns so perfekt gepostet fürs Foto. Der Fotograf hat das zweite Mal abgedrückt und dann ist er wieder weg. Ja, das ist ja auch eine ganz normale Alltagssituation. Es war aber richtig cool, wir haben auch ein fettes Video damals geredet. Können wir euch hier mal ein paar Ausschnitte von zeigen? Eigentlich sollen wir gerade schon in Köln sein, aber steht, es sind wir immer noch hier auf den Kanaden, mein zweitgrößter Kanäu war der Welt. Oh, guck mal! Ich weiß aber noch, wir haben nämlich, du hast nämlich danach gesagt, wir müssen da nochmal hin und dann wollten wir dieses Jahr eigentlich da hinfliegen. Ich habe gesagt, Lisa, wir müssen nächstes Mal auf jeden Fall auf den Kanaden auch feiern, Teile von Karneval. Also, wenn es hoffentlich nächstes Jahr wieder alles geht, muss man hin, weil Karneval in Köln ist geil, aber wir haben halt, ne? Stell dir vor, heute wäre Karneval, einfach minus 6 Grad, so. Das ist halt... Aber Sonnenschein. Immerhin Sonnenschein, aber auf den Kanaden Sonnenschein und 20 Grad oder 25 Grad. Das Ding ist auch, wenn du hier ein Kostüm aussuchst, da musst du ja auch gucken, so ja... Dass es warm ist. Kann ich das erstmal, wie ziehe ich das draußen an und kann ich das irgendwie kurz ändern, dass wenn ich drin bin, dass ich dann immer noch cool aussehe? Das ist der logistische Struggle hier am Karneval, aber ich sage euch, also auf den Kanaden, da muss ich unbedingt nochmal irgendwie hinfeiern gehen. Das war schon richtig, richtig nice. Und wir sind nur da geblieben, weil noch ein Sandsturm war, ne? Sandsturm war da im Flughafen, da war alles voll, deswegen mussten wir noch einen Tag länger bleiben. Aber ja, das war letztes Jahr Karneval, heute nicht. Heute trauert ganz Köln, weil echt Köln ist alle in Köln, oder nicht alle, aber wirklich der Großteil von Köln möchte Karneval feiern. Das ist das Highlight des Jahres hier in der Stadt, definitiv, ist so viel los, die ganze Stadt ist normalerweise voll mit feiernden, gut gelaunten Menschen. Der Hauptgrund, warum ich nach Köln gekommen bin. Aber das soll dieses Jahr einfach nicht sein, Leute, ja? Da kann man nichts machen, da müssen wir irgendwie mit klarkommen. Wir werden es überleben, im Herbst ist ja auch nochmal Karneval, hoffentlich geht bis dahin wieder alles. Ich habe auch genug Zeit, mir noch ein neues Kostüm wieder zu überlegen, aber ich hoffe, ihr fandet den heutigen Vlog interessant. Der war einfach ein Vlog, nur hier aus der Wohnung und trotzdem so ein ganz kleines bisschen Karnevalstimmung. Wir sehen uns im nächsten Vlogdown wieder in ein paar Tagen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr normalerweise Karneval feiert und als was ihr euch als nächstes verkleiden würdet. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, drücken nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns in ein paar Tagen wieder zum nächsten Vlogdown oder auf TikTok. Ich habe jetzt TikTok, Leute, einfach atfelixladen94 suchen, da findet ihr mich. Da gibt es jetzt nämlich immer schon 59 Sekunden vorab Vlogs, also guckt ihr euch an. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.